Vitamin B12 ist das Supervitamin für unser Gehirn und unsere Nerven. Was steckt wirklich dahinter? In diesem Video wird erläutert, wieso dieses Vitamin so wichtig und essentiell ist, wie es aufgebaut ist, was es kann, welche Wirkung es hat und was man beachten sollte. Vitamin B12 ist eine Sammelbezeichnung für die Gruppe der Kobalamine, die als Q-Enzym wirken. Es ist mit dem Spurenelement Kobalt als Zentralatom das einzige Vitamin mit einem Metallatom. Kobalamin ist ein großes und kompliziertes Molekül. Diese Größe macht die Aufnahme in unserem Körper so schwierig. Es muss durch einzigartige Prozesse aufgenommen werden und die Zellmembranen überwinden. Biologisch wirksam sind lediglich Methylkobalamin und Adenosylkobalamin. In der Schulmedizin wird überwiegend das synthetisch hergestellte inaktive Cyanokobalamin verwendet, neben Hydroxykobalamin und Nitritkobalamin, die vom Organismus erst in das biologisch wirksame aktive Methylkobalamin umgewandelt werden müssen. Wieso nicht gleich Methylkobalamin geben? Vitamin B12 wird ausschließlich von Mikroorganismen gebildet. Diese befinden sich in erster Linie im Darm von Tieren. Da Tiere das Vitamin B12 in ihr Gewebe einbauen, ist es insbesondere in Fleisch, im Fisch, in der Milch und im Eigelb zu finden. Natürlich kommt es immer auch auf die Qualität der Lebensmittel an. Schauen wir uns einmal an, wie viel Vitamin B12 in welchen Lebensmitteln steckt. Der Hering, das Kaninschenfleisch, die Leber und die Bierhefe stechen hier klar hervor. Bei Fisch haben wir allerdings das Problem mit der Schwermetallbelastung. Kaninschenfleisch ist nicht gerade gängig. Leber ist nicht jedermanns Sache und auch nicht an jeder Ecke in guter Qualität zu finden. Und Bierhefe isst man in der Regel auch nicht im 100-Gramm-Bereich. Darüber hinaus werden die meisten Speisen gekocht oder gebraten serviert, welches zu Vitamin B12-Verlusten von 23 bis 96 Prozent führt. Am allerbesten würde man sich demnach mit roher, qualitativ hochwertiger Leber versorgen. Mal am Rande 100 Gramm rohe Leber in einem Smoothie verarbeitet mit Beeren und anderen Früchten schmeckt wirklich gut. Man merkt die Leber nicht und tut somit nicht nur was für seinen B12-Spiegel, sondern auch für seinen Eisenspiegel. Das Zentralatom des Hämoglobins ist übrigens das Eisen. Das Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, der für den Transport für Sauerstoff notwendig ist. Diese beiden Moleküle, Cobalamin und Hämoglobin, ähneln sich sehr. Der Vitamin B12-Bedarf von Erwachsenen liegt übrigens bei Minimum 3 Mikrogramm pro Tag. Der Bedarf von Schwangeren und Stillenden liegt bei Minimum 3,5 bis 4 Milligramm pro Tag. Kommst du mit deiner täglichen Ernährung auf diese Menge? Vitamin B12 hat viele Funktionen in unserem Körper. Es ist unter anderem an der Bildung des Blutes und der Zellteilung beteiligt. Ebenfalls dringend wird das Vitamin B12 im Nervensystem gebraucht. Dort bildet, regeneriert und schützt es die sogenannte Myelinscheide, die die Nervenzellen umgibt. Vitamin B12 ist außerdem wichtig für eine gute Verdauung, insbesondere für die Verwertung und Aufnahme der Nahrungsbestandteile sowie für die anschließende Verwertung von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Durch jahrelange minderwertige Mangelernährung entsteht über Jahre hinweg ein Vitamin B12-Mangel. Vitamin B12-Mangel ist weit verbreitet. Je nach Studie leiden bis zu 50% der älteren Menschen darunter. Der weit verbreitete Mangel wird nur selten erkannt. Die Folgen eines langjährigen Mangels können vielfältig und schwerwiegend sein. Chronische Erschöpfung, Lustlosigkeit und Kraftlosigkeit, Depressionen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen können alle mit einem Vitamin B12-Mangel einhergehen. Die Alterung wird beschleunigt und die ganzheitliche Verfassung verschlechtert sich. Nervenschäden und Störungen der Nervenfunktion aufgrund eines Vitamin B12-Mangels können zu Polyneuropathien mit Missempfindungen wie Kribbel und Taubheitsgefühlen, gestörtem Tastempfinden und unerklärlichen Schmerzen meist in den Gliedern führen. Wenn die motorischen Nervenfasern betroffen sind, so kommt es zudem zu Muskelzittern oder zu Muskelzucken. Geistig zeigen sich Nervosität, Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit. Urteilskraft und Denkvermögen lassen nach. Ebenso können sich Verwirrung, Senilität und Demenz ergeben. Und das alles wegen eines Vitamin B12-Mangels, der in den meisten Fällen von Ärzten nicht erkannt wird. Es ist wichtig, dass Ärzte und Heilpraktiker über die Symptome eines Vitamin B12-Mangels Bescheid wissen, bei Verdacht die nötigen Untersuchungen veranlassen und das Defizit unverzüglich beheben. Entscheidend ist jedoch auch, dass jeder selbst über diese entscheidenden Folgen eines Mangels informiert ist und sich selbstständig und eigenverantwortlich um seine Gesundheit kümmert bzw. gezielt nach Therapeuten mit entsprechender Expertise sucht. Die bereits angesprochenen Aufzählungen machen deutlich, wie wichtig eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B12 ist und welche schwerwiegenden Folgen ein Vitamin B12-Mangel haben kann. Ein Vitamin B12-Mangel entwickelt sich unmerklich über viele Jahre. Bei rein pflanzlicher Ernährung ist es besonders wichtig, auf eine ausreichende Vitamin B12-Zufuhr zu achten. Lange Zeit galten Lebensmittel wie Sauerkraut, Algen, Lupinen oder fermentierte Sojaprodukte als sichere Vitamin B12-Quelle für Veganer. Allerdings wurden diese neuerdings als ungeeignet erklärt, da sie, wenn überhaupt, nur eine Vitamin B12-ähnliche Substanz enthalten. Würden wir ab sofort keinerlei Vitamin B12 mehr mit der Nahrung aufnehmen, so könnten unsere Vorräte zwischen zwei und zehn Jahre je nach vorheriger Lebensweise ausreichen. Es kann also dauern, bis sich erste Beschwerden und Erkrankungen zeigen. Ein Vitamin B12-Mangel kann folglich bei einer jahrelang konsequent veganen Ernährung auftreten. Eine konsequente vegane Ernährung ist allerdings nicht natürlich. Auch unsere Vorfahren haben sich nicht rein pflanzlich ernährt. Selbst wenn sie nur Pflanzen aßen, waren diese mit Läusen oder Insekten besiedelt. Bei manchen Menschen ist die Vitamin B12-Aufnahme zudem gestört. Damit das Vitamin B12 überhaupt von unserem Körper aufgenommen werden kann, muss eine ausreichende Menge des von Belegzellen der Magenschleimhaut gebildeten Intrinsic-Faktors vorhanden sein. Der Intrinsic-Faktor ist ein Transportprotein, welches das B12 und das darin enthaltene Cobalamin an sich bindet, dass es in der Dünndarmschleimhaut überhaupt erst resorbiert werden kann. Ein Intrinsic-Faktor-Mangel führt also zu einem Vitamin B12-Mangel. Menschen, die nach einem Magenkarzinom den Magen entfernt bekommen haben, müssen folglich Vitamin B12 gespritzt bekommen oder durch Lutschtabletten über die Mundschleimhaut aufnehmen, da das Vitamin sonst ungenutzt ausgeschieden würde. Weitere Faktoren für eine gestörte Vitamin B12-Aufnahme können sein, ein gestörtes Mikrobiom, ein Licky-Gut-Syndrom oder Autoimmunkrankheiten wie Morbus Crohn sorgen für eine gestörte Resorption von Vitamin B12 im Dünndarm. Man kann es nicht oft genug erwähnen, wie wichtig eine intakte Darmflora bzw. ein gesunder Darm sind. Ein Mangel an Magensäure, welcher die Aufspaltung von Proteinen hemmt, das an Proteinen gebundene Vitamin B12 wird weniger freigesetzt und kann nur zum Teil aufgenommen werden. Außerdem die Einnahme von Antazida, Arzneimittel, zur Neutralisierung der Magensäure. Durch die Einnahme dieser Mittel wird die Proteinverdauungskapazität herabgesetzt, mit der Folge verminderte Aufnahme von Vitamin B12. Wer seinen Vitamin B12-Wert beim Arzt testen lässt, muss mitdenken und hinterfragen. Der simple Vitamin B12-Test gibt nämlich oft keinen Ausschluss über den tatsächlichen Wert. Der Serumtest ist unzuverlässig, da das gesamte Cobalamin im Blutserum bestimmt wird, aber nur ein Teil davon für die Körperzellen verfügbar ist. In der oberen Tabelle sieht man die übliche Bewertung der Befunde bei einem Vitamin B12-Serumtest, der jedoch mit Vorsicht zu genießen ist, da dadurch oft falsch interpretiert wird. Unten sieht man die brauchbare Bewertung der Befunde nach Brownstein. Selbst im Normbereich bei 900 laut oberer Tabelle liegt in der Tat häufig eine Unterversorgung vor. Eine Überbelastung ist auch bei einem Wert von 2000 nicht zu befürchten, denn Methylcobalamin ist unbedenklich. Blutwerte werden leider viel zu oft falsch interpretiert. An dieser Stelle möchte ich euch das Buch »Die Blutwertlüge« ans Herz legen und an eure Selbstverantwortung appellieren. Tatsächlich aussagekräftig ist hingegen der sogenannte Holo-TC-Test im Blut. Dabei wird ausschließlich das aktive B12, das Holotranscobalamin, gemessen. Ist dieser Wert zu niedrig, kann man von einem Mangel an verwertbarem Vitamin B12 ausgehen. Will man ganz sicher gehen, so kann man außerdem den MMA-Wert, die Methylmalonsäure, bestimmen. Dieser Wert steigt beim B12-Mangel sowohl im Blut als auch im Urin an. MMA wird normalerweise von Vitamin B12 abgebaut. Fehlt Vitamin B12, dann steigt der MMA-Wert. Ärzte sollten also nicht blind irgendeinen Wert bestimmen, sondern wissen, was sie bestimmen und wie sie die Werte zu interpretieren haben. Diese Diagnostik wird oftmals von den Krankenkassen nicht übernommen. Es ist empfehlenswert, Vitamin B12 in Form von Methylcobalamin phasenweise im Bereich zwischen 1000 und 5000 Mikrogramm täglich zu supplementieren. Gute Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Steigen die Werte trotz regelmäßiger Einnahme nicht und verbessern sich eure typischen Vitamin B12-Mangelsymptome nicht, so kann es sein, dass eure Aufnahme durch die vorher genannten Faktoren gestört ist. In solchen Fällen muss das Vitamin B12 injiziert werden oder durch die Einnahme von Lutschtabletten über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Mit Vitamin B12 angereicherte Zahnpasta? Der Vegetarierverbund Deutschland empfiehlt eine Vitamin B12-haltige Zahnpasta eines Naturkosmetikerherstellers mit 100 Mikrogramm Cyanocobalamin pro Gramm Zahnpasta. Bei einer Studie zeigte sich, dass die Verwendung dieser Zahnpasta nur wenig gebracht hat. Die Aufnahme von Vitamin B12 durch solche Zahnpasta ist recht gering und unsicher. Das Cyanocobalamin wird größtenteils mit der Zahnpasta wieder ausgespuckt. Darüber hinaus enthält diese Zahnpasta das hochgiftige Natriumfluorid, welches sehr schlecht für unsere Gesundheit ist. Es ist krebserregend, schädigt unser endokrines System, verkalkt unsere Zirbeldrüse und vieles mehr. Aufgrund dessen ist die Zahnpasta auf keinen Fall eine gute Alternative. Zum Thema Vitamin B12 gibt es eine Studie, die besagt, dass die Supplementierung mit Vitamin B12 das Lungenkrebsrisiko erhöht. Solche Studien sind mit Vorsicht zu genießen und sollten auf jeden Fall hinterfragt werden. Erstens werden solche Studien komischerweise überwiegend an Rauchern durchgeführt, die aufgrund des Rauchens von handelsüblichen Zigaretten sowieso schon gefährdet sind, an Lungenkrebs zu erkranken. Zweitens werden den Studienteilnehmern synthetisch hergestellte Vitamin B12-Reparate zugeführt. Es gibt keinen Grund, ein synthetisches Vitamin zu verwenden, wenn das Vitamin in seiner bioidentischen Form verfügbar ist. Synthetische Vitamine sind Fremdstoffe für den Körper. Drittens, Vitamin B12 ist wasserlöslich, man kann es also nur schlecht überdosieren. Solche Studien sind meines Erachtens einfach nur falsch konzipiert, ob bewusst oder unbewusst. Sie werden dann dazu genutzt, Nährstoffe in ein falsches Licht zu rücken und falsche Informationen zu verbreiten. Nach diesem Video dürfte jedem klar sein, wie wichtig Vitamin B12 tatsächlich für uns ist. Hinterfragt, denkt nach, kommt in die Selbstverantwortung und kümmert euch um eure Gesundheit.